109 Tage Krieg in Gaza, gestern alleine 21 tote israelische Soldaten durch einen Angriff. Was genau ist da passiert und warum wurde das relativ lange unter Verschluss gehalten? Also so ganz genau klar ist das immer noch nicht und wahrscheinlich wollte die israelische Armee auch erstmal genau prüfen, bevor sie irgendwelche Zahlen, vor allem so viele Tote, das ist ja für viele Angehörige eine Schreckensnachricht, nach draußen gibt. Es ist offenbar ein Zusammentreffen unglücklicher Umstände. Es waren mehrere Soldaten in mehreren Gebäuden und haben dort mehrere Sprengkörper, Minen wahrscheinlich eingesammelt. Die sollten benutzt werden, um das Haus zu sprengen. Dann gab es Beschuss mit Raketengeschossen, die man von der Schultern abfeuern kann. Ein Panzer wurde getroffen und wie dann die irgendwie größere Explosion zustande gekommen ist, das ist immer noch nicht ganz geklärt. Aber das Haus ist eingestürzt und hat eben alle Soldaten unter sich begraben. Michael, während wir hier die Bilder sehen, die Kollegen aus der Regie spielen sie uns möglicherweise zu. Bilder von diesem Krieg in Gaza, das Material des israelischen Militärs, wenn ich das richtig im Kopf habe. Eine schwere Offensive, eine unglaubliche Zerstörung. Wie steht eigentlich mittlerweile die israelische Bevölkerung zu diesem andauernden Krieg, den vielen Toten auch auf israelischer Seite? Naja, die ist gespalten. Allerdings, der Großteil steht nach wie vor natürlich hinter dieser Offensive, weil es gilt eine konkrete Bedrohung, die Israel das größte Leid, was es jemals in seiner Staatsgeschichte erfahren hat, zugefügt hat. Und das ist die Hamas und die soll zumindest militärisch zerschlagen werden. Auf der anderen Seite hat die Hamas natürlich ein unglaubliches Druckmittel in der Hand. Das ist ihre stärkste Waffe, nämlich die Geiseln. Und die versucht sie jederzeit wieder zu instrumentalisieren, diese Waffe, um Druck auszuüben auf die Regierung. Und das gelingt natürlich auch sehr gut, weil den Angehörigen ist die militärische Kriegsführung natürlich egal. Sie wollen, dass die Geiseln zurückkehren. Und insofern gibt es ein sehr gespaltenes Bild hier in Israel. Wir haben auch Bilder gesehen von Angehörigen, die, glaube ich, eine Parlamentssitzung gestört haben. Vielleicht können wir auch das einmal kurz zeigen. Und ich würde dich gerne fragen, Michael, der Hamas-Sprecher Abu Obaida wurde zitiert mit dem Satz, das Schicksal vieler Geiseln aus Israel sei mittlerweile unbekannt, höchstwahrscheinlich, so drückte er sich aus, seien viele von ihnen kürzlich getötet worden und der Rest ständig in großer Gefahr. Das ist ein unglaublicher Satz, wenn man den so hört, geprägt von riesigem Zynismus und natürlich eine große Hoffnungslosigkeit, die daraus spricht. Was löst so einen Satz in der israelischen Öffentlichkeit aus? Ja, der Wahrheitsgehalt einer solchen Äußerung ist natürlich schwer einzuschätzen. Und so wie die Hamas bisher immer agiert, ist vor allem davon auszugehen, dass das wieder einmal psychologische Kriegsführung ist, um natürlich die Angehörigen einzuschüchtern, um ihnen in Ordnung zu vermitteln, eure Angehörigen schweben ständig in höchster Lebensgefahr. Aber nicht wir sind schuld, sondern die israelische Armee ist schuld. Wir wissen auch nicht, wie viele getötet worden sind. Das ist natürlich mindestens Teil der psychologischen Kriegsführung, was natürlich nichts daran ändert, dass das Leben der Geiseln zu jedem Zeitpunkt extrem gefährdet ist. Hat man mittlerweile eine Idee davon, wo diese Menschen sein könnten? Ob sie noch am Leben sind? Was weiß man über das Schicksal dieser Leute? Also man hat ja vor kurzem einen sehr gut ausgebauten Tunnelkomplex entdeckt. Das war ein Raum, der gekachelt war mit Bart, allerdings richtig vergittert wie ein Gefängnis. Man hat dort Zeichnungen eines Mädchens gefunden, von dem man weiß, dass es seine Zeichnungen sind, weil es inzwischen freigelassen worden ist. Man konnte das zuordnen. Und das sind aber noch wahrscheinlich die Luxusbedingungen, zu denen Geiseln gefangen gehalten werden. Die Luft ist da auch extrem schlecht. Und ich bin selber mal in einem solchen Tunnel gewesen vor zwei Wochen. Die Belüftung ist nicht gut. Die Luftfeuchtigkeit ist extrem hoch. Und der Aufenthalt ohne Tageslicht, ohne Zeitorientierung, ohne Medikamente, ohne ausreichendes Essen, ist wahrscheinlich sehr, sehr schwierig. Wahrscheinlich werden die Geiseln von Zeit zu Zeit an andere Orte gebracht, damit man sie eben nicht aufspüren kann. Also sie sind wahrscheinlich noch zu einem großen Teil am Leben. Aber über ihren Zustand kann man eben nichts wirklich Genaues sagen. Das heißt, an dem Punkt eine sehr verzweifelte Situation. Wir haben eben Bilder von Demonstrationen in Israel gesehen. Vielleicht können wir einmal kurz die Bilder zeigen, die ich eben angesprochen habe, die Störungen des Parlaments. Wir hören einmal kurz rein. Ich will ihnen nur Leben zurück. Wenigstens einen von dreien. Sitzt hier nicht rum, solange sie als Geiseln gehalten werden. Jetzt! 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 Ich verstehe ihren Schmerz. Ich bin auf ihrer Seite und fühle mit ihnen. Wir werden alles tun, um ihre Kinder, Brüder und Frauen wieder sicher nach Hause zu bringen. Mich ja noch einmal die Frage, wie groß ist der Druck auf die Regierung? Wie lange hält eine Gesellschaft auch solche Bilder aus? Wie groß ist der Druck insbesondere auf den Regierungschef, auf Netanjahu? Der ist extrem hoch. Es geht eben auch nicht mehr nur um seinen Kurs bei der Verhandlung zur Freilassung der Geiseln, sondern eben um seine Kriegsführung, um seine Amtsführung insgesamt. Seine Umfragewerte fallen immer mehr ins Boden los. Und man fragt sich, wie es noch weitergehen soll. Aber er versucht, sich im Amt zu halten. Und wir haben gerade diesen einen Satz ja gehört. Ich weiß nicht, ich habe die Bilder nicht gesehen hier. Aber der sagt, wir werden alles tun. Natürlich wird nicht alles getan, kann auch gar nicht alles getan werden, um die Geiseln frei zu bekommen. Weil dann müsste Israel ja im Prinzip sich selbst aufgeben und der Hamas das komplett überlassen. Das heißt, es werden Versprechungen gemacht, die man auch gar nicht einhalten kann. Und das spüren die Angehörigen der Geiseln natürlich. Und der Druck wird insgesamt auch bei den Demonstrationen, die ja im letzten Jahr sowieso schon gegen die Regierung Netanjahu wegen des Angriffs auf die Gewaltenteilung immer stattgefunden haben, diese Demonstration, dieser Druck wird immer größer. Herr Klingbeil, unsere Solidarität mit Israel ist ungebrochen. Gilt der Satz nach wie vor? Ich finde, er gilt. Und man muss immer wieder auch einordnen, warum das, was wir dort an grausamen Bildern sehen, alles entstanden ist. Das war der furchtbare Terrorangriff der Hamas auf Menschen, die an einem Festival gefeiert haben, auf Kibuzene, auf das friedliche Leben in einer Demokratie in Israel. Das ist der Auslöser für alles das, was wir erleben. Und trotzdem, Herr Lanz, will ich Ihnen auch sagen, es zerreißt dann ja, was man an Bildern sieht, auch aus den palästinensischen Gebieten. Die humanitäre Katastrophe, die zweifelsohne da ist, die hohe Zahl der Toten auch auf der palästinensischen Seite. Ich finde, dass die Regierung Netanjahu auch große Fehler macht, wenn man die Zwei-Staaten-Lösung jetzt in Frage stellt, wenn man sich von der Perspektive, die man für die palästinensische Seite ja braucht, auch eines eigenen Staates quasi verabschiedet. Und man merkt ja auch, dass Israel international unter Druck gerät. Aber allein schon aufgrund unserer historischen Beziehung zu Israel, finde ich, haben wir eine ganz besondere Rolle. Und ich halte das für richtig, dass man dort solidarisch an der Seite zu Israel steht. Und ich will Ihnen auch sagen, ich halte es für richtig, dass die Bundesregierung sich so intensiv, wie das gerade passiert, ich glaube, es gab noch nie eine Regierung, die sich so intensiv in den Neu-Ost-Konflikt auch eingemischt hat, mit beiden Seiten dort geredet hat, halte das für richtig, dass man dort aktiv ist und sich auch in diesen Konflikten mit einmischt. Nochmal, die Frage der Solidarität mit der palästinensischen Bevölkerung. 20 SPD-Bundestagsabgeordnete haben an den Kanzler einen Brief geschrieben, in dem sie sagen, wir glauben, dass der Preis, die Hamas zu besiegen, nicht die Inkaufnahme des andauernden Leids dieser palästinensischen Zivilbevölkerung sein kann. Inzwischen sind auch israelische Geiseln in diesen Angriffen zum Opfer gefallen. Ein erneuter humanitärer Waffenstillstand ist sofort notwendig. Das heißt, da dreht sich etwas in der Debatte. Das sind ja die Debatten, die wir auch international haben. Und wir sehen, es gab jetzt sogar Gerüchte, dass auch auf israelischer Seite darüber nachgedacht wird, der Hamas einen zweimonatigen Waffenstillstand anzubieten, wenn die Geiseln sofort entlassen werden. Es gab in Davos jetzt die großen internationalen Debatten auch. Und wir sehen ja, dass wir als Deutsche auch teilweise sogar in Europa isoliert sind mit der Solidarität. Trotzdem nochmal, was würde es bedeuten, jetzt, wenn Israel aufhört, die Hamas zu bekämpfen? Wenn Israel aufhört und die Hamas durchatmet, sich wieder bewaffnet und weitermacht? Es geht um die Vernichtung eines demokratischen Staates. Das ist das erklärte Ziel der Hamas. Und deswegen halte ich es für richtig, dass man die Hamas bekämpft. Aber dass die Kriegsführung der Israelis auch zunehmend in Kritik gerät, dass es Fragezeichen dran gibt, wie diese Kriegsführung genau ausgestaltet ist. Dass es immer mehr Rufe auch gibt nach humanitären Feuerpausen, das kann ich total nachvollziehen. Und hoffe, dass es dort auch politische Bewegungen gibt. Michael, du hast es vorhin angesprochen, die Situation auch in Gaza ist verzweifelt. Ich habe eine Zahl gelesen, 70% aller Gebäude zerstört oder zumindest zum Teil zerstört. Ist das eine valide Zahl? Das kann ich von hier aus natürlich auch nicht überprüfen. Ich bin selber neulich nur kurz im Norden von Gaza, aber nur ein paar hundert Meter hinter der Grenze gewesen. Wir haben Kontakt zu unseren Producern, mit denen wir sehr lange, schon seit vielen Jahren zusammenarbeiten, die ich auch persönlich kenne aus Eigenbesuchen in Gaza. Die haben aber auch keinen Zugang zum Norden. Die sehen natürlich auch nicht das Kriegsgebiet in Khan Yunis. Aber ich würde mal sagen, es ist eine große Wahrscheinlichkeit, dass ein sehr, sehr großer Teil, das sind auch die Bilder, die wir jeden Tag bei uns hier sehen, ein großer Teil der Gebäude zerstört oder in Mitleidenschaft gezogen worden ist. Und was wir auch sehen, vielleicht können wir auch diese Bilder einmal kurz einspielen, Bilder von riesigen Zeltstädten, die vor allem im Süden entstehen. Was sind das für Zelte? Was ist das für eine Situation? Wie viele Menschen leben da? Ich weiß aus eigenen Besuchen, es ist kalt jetzt in Israel. Also auch da reden wir schnell über Temperaturen, knapp über dem Gefrierpunkt. Das heißt, was ist das für eine Situation, in der sich die Menschen dort befinden? Ja, das ist eine verheerende Situation in der Tat. Es ist im Moment Winterzeit. Im Moment herrschen hier Winterstürme. Es ist nicht nur kalt, es regnet. Und Stürme, die an den Zelten zerren. Ich kann mir kaum vorstellen, dass die alle standhalten. Und das sind quasi zum Großteil selbst gebastelte Zelte. Darüber wissen wir auch ein bisschen mehr, weil unsere eigenen Kollegen dort unten in solchen Zelten zum Teil leben und viele Reportagen aus diesem Bereich auch schon gemacht haben. Und die Menschen haben im Prinzip nichts und versuchen aus nichts, also mit ein paar Stangen, ich würde sagen, eine Besenstange, irgendetwas, was man kann, ein paar Plastikplanen. Und daraus bastelt man dann so etwas wie ein Zelt, was ein wenig Schutz bietet. Und das sind ganze Städte, da leben mindestens mehrere hunderttausend Menschen. Manche sind halt immer noch auch in ihren Häusern in Ranyunis geraten, dann plötzlich auf einmal in die heiße Kriegszone, wie es auch heute wieder passiert ist. Aber tatsächlich, es sind riesige Zeltstädte angewachsen. Und die Leute haben im Prinzip, auch das haben wir in Berichten zeigen können, nichts zu essen, weil die Hilfslieferungen nicht ausreichen. Es gibt teilweise, das glaubt man nicht, auf dem Markt von Raffach, Gemüse zu kaufen. Es wird nach wie vor in Gaza angebaut. Aber niemand hat das Geld, das zu bezahlen, weil ja niemand mehr arbeitet und niemand mehr Lohn bezieht. Also die Situation der Menschen da kann man als nur verzweifelt bezeichnen. Und bevor wir gleich auch Herrn Reinecke fragen und die Diskussion dann auch aufmachen, Michael, an dich nochmal die Frage, es ist eben schon gefallen, als Stichwort Zwei-Staaten-Lösung. Du sagst, wenn ich dich richtig verstehe, Zwei-Staaten-Lösung, das bleibt eine leere Phrase, eine hohle Floskel, Gelaber, um es mal auf gut Deutsch zu sagen, wenn man es nicht ernsthaft mit ein paar Dingen hinter und unterlegt. Womit? Ja, also ich sag's auch nochmal selber, es kommt einem hier, das, was die Politiker immer hier führen, das große Wort von der Zwei-Staaten-Lösung, das kommt einem sehr weltfremd vor. Es ist letztendlich ein Lippenbekenntnis, was seit Jahren nicht mit Inhalt gefüllt wird. Ein bisschen vielleicht auch nur, um das eigene Gewissen zu entlassen, weil man das Richtige fordert. Aber eine Zwei-Staaten-Lösung ist weiter entfernt denn je. Es geht eigentlich um ein paar Punkte, die man erstmal klären müsste. Diese Zwei-Staaten-Lösung, das ist wie so ein Dach, aber darunter ist luftleerer Raum. Da ist kein erster Stock, kein Erdgeschoss. Also etwas Tolles, was in der Luft schwebt, aber der Unterbau, der Rohbau fehlt. Was ist der Rohbau? Es geht um drei Dinge. Erstens, es muss erstmal der Siedlungsbau gestoppt werden. Er wird nicht zurückgedreht werden, aber er muss gestoppt werden. Zweitens, es muss Rechtsgleichheit, ich spreche jetzt vor allem erstmal vom Westjordanland, zwischen Siedlern und Palästinensern, die dort leben, hergestellt werden. Das ist nicht der Fall. Teilweise geschehen Verbrechen oder auch nur kleine Ungerechtigkeiten demütigen. Ich war gestern wieder in der Westbank und konnte mitbekommen, wie eine Schafsherde zufällig angeblich auf das Gelände von Siedlungen geriet. Dann mussten die Schafsherdenbesitzer 150.000 Schäkel, das sind fast 40.000 Euro Strafe zahlen. Das sind die kleinen Demütigen, die jeden Tag in der Westbank passieren, im Westjordanland, unter dem Schutz der Soldaten. Das muss aufhören. Und das Dritte ist natürlich, die Gewalt muss aufhören. Die Gewalt der Siedler, aber natürlich vor allem die Gewalt der Palästinenser, die Terroranschläge. Die korrupte Regierung in Ramallah führt nicht wirklich zu einer Atmosphäre des Friedens bei. Aber wenn für beide Seiten nicht dieser Unterbau, wenn nicht ein Gerüst ist von einer tragfähigen Beziehung im Westjordanland, und über Gaza muss man da nochmal sprechen, wie das denn da aussehen soll. Da braucht man nicht von der Zwei-Staaten-Lösung zu sprechen. Denn ohne diesen Unterbau, dass zumindest erstmal Gleichheit und halbwegs Gewaltfreiheit hergestellt wird, wird es keine Zwei-Staaten-Lösung geben. Ich schaue schon die ganze Zeit zu Herrn Reinicke und versuche seinen Nicken und mal Kopfschütteln ein bisschen zu interpretieren. Wie schauen Sie da drauf? Ein paar wichtige Punkte, die Michael da angesprochen hat. Vor allem die Situation im Westjordanland, diese Willkür. Und dann hört das, dass der arme Leute, man dann plötzlich umgerechnet 40.000 Euro bezahlen soll. Ich habe gar keine Vorstellung davon, wie das eigentlich gehen soll. Das heißt, halten auch Sie das Gerede in dem Fall von der Zwei-Staaten-Lösung für obsolet, für etwas, was eine Phrase ist? Na, obsolet ist es nicht. Denn es ist zunächst mal immer noch die einzige Option, die wir haben, um beide Völker auseinanderzubekommen. Also zwei getrennte Räume zu haben für Sie. Die Schwierigkeiten hat Herr Beweronke völlig zu Recht gesagt. Gerade im Westjordanland wird es ja zunehmend schwieriger dadurch, dass da zunehmend Siedlungen sind. Siedlungen sind Dörfer, Städte, die dort sind, die von Israelis bewohnt werden. Übrigens keine arabischen Israelis, sondern es sind alles nur jüdische Israelis, die da Wohnungen haben dürfen. Und das muss man natürlich in irgendeiner Art und Weise auseinanderbringen. Theoretisch ist das denkbar. Also wo ein Wille ist, ein Weg. Ob man die Kraft dazu besitzt, das ist die nächste Frage. Wir haben ja jetzt bereits in der Europäischen Union gestern am Montag einen Plan gehabt oder wurde ein Plan diskutiert vom hohen Repräsentanten Borrell, der zumindest, wenn man eine Veröffentlichung einer Webseite Glauben schenkt und die mir auch glaubwürdig zu sein scheint, der einen anderen Ansatz vorschlagen hat als bisher. Er sagte, um zu einer Zweistaatenlösung zu bekommen, die man zunächst einmal bekräftigt, muss man jetzt eine internationale Konferenz machen, zunächst ohne die Parteien, die einen gewissen Rahmen vorgeben sollen. Das war bislang nie der Fall. Bislang sagte man immer, die Parteien müssen das bestimmen. Er sagt, beide Parteien werden dazu im Augenblick nicht in der Lage sein. Also muss die internationale Gemeinschaft, und er hat eben aufgezählt die Europäische Union, hat die arabischen Staaten Jordanien, Ägypten und Saudi-Arabien genannt, hat die Vereinten Nationen genannt und die USA, dass man in diesem Rahmen versucht, einen neuen Anlauf zu machen. Und die Außenminister haben das im Prinzip insofern gebilligt, als der Nahostbeauftragte, der EU Special Representative, also mein Nachfolger, wenn Sie so wollen, Sven Kruppmanns, jetzt Gespräche führt, um das umzusetzen. Die Schwierigkeiten, die Herr Bewerung aufgezeigt hat, sind absolut da. Und die Frage ist, wenn dieses nicht zu einem Erfolg führt, was angesichts der Dinge, die Herr Bewerung aufgezählt hat, eine durchaus Wahrscheinlichkeit ist, was ist die Alternative? Und dann haben wir zwei Alternativen. Die eine Alternative hat man sich übt, oder mehrere Alternativen, drei Alternativen sogar. Die eine Alternative hat Josipeli und Hilber Hosseini entwickelt, das sind eine Israelin, eine Palästinenser, eine Art Konföderation, um diesen Flickenteppich irgendwie aufzuschütteln. Vielleicht können wir einmal eine Karte kurz zuspielen, um mal besser zu verstehen, worüber wir eigentlich reden und wie sowas dann auch im Zweifel aussehen könnte. Also wie hängt was miteinander zusammen? Also diese Art von Konföderation hat es noch nie gegeben. Denn man sieht es an diesem Flickenteppich schon, da müssen Sie im Grunde genommen immer einzelne Teilbereiche einer entsprechenden Autorität, einmal der israelischen und der palästinensischen, zugestehen und dann eine gemeinsame staatliche Institution haben. Das ist die eine Option. Die andere Option ist, dass man tatsächlich einen gemeinsamen Staat macht, in dem israelischen und palästinenser gleichberechtigt sind. Das widerspräche aber dem erklärten israelischen Staat, einen jüdischen Staat zu haben. Also man sieht hier diesen Konflikt. Und die dritte Option ist die, die vielleicht Netanjahu vorschlägt oder auch den Siedlern, dass man so eine Art Autonomiegebiet hat, in dem die palästinenser in bestimmten Teilen gewisse Rechte haben, aber in Sicherheitsfragen nicht und sie sich da in irgendeiner Art und Weise bewegen können. Also was davon realistisch ist, weiß man nicht. Wenn Sie zum Beispiel ein Buch von Avi Prima, dem früheren israelischen Botschafter in Deutschland lesen, da machte er darauf aufmerksam, dass er Charon mal auf einen Besuch in Südafrika begleitet hat, wo er sich voller Interesse die damals bestehende Bantustans angeschaut hat. Also er zieht daraus eine Schlussfolgerung, dass Charon das damals interessant fand. Ob das heute noch in den Köpfen der Leute sich widerspiegelt, das weiß man natürlich nicht. Aber diese drei Optionen gäbe er. Ja, Südafrika ist ein gutes Stichwort. Südafrika verklagt, ist ja gerade vor dem Internationalen Gerichtshof. Was passiert da gerade? Warum macht Südafrika das? Welche Aussicht auf Erfolg hat? Das geht um nicht weniger als den Vorwurf des Völkermords. Ja, es gibt dieser Brief, Völkermord wurde ja politisch sehr häufig in den letzten Tagen und Wochen aufgebracht. Gerade viele arabische Staaten, aber auch andere haben es ihnen vorgeworfen. In Israel, andere haben gesagt, nein, das kann ja gar kein Völkermord sein. Und wir haben uns also in einer politischen Debatte befunden. Und jetzt hat Südafrika durch diesen Antrag vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag ein formalisiertes Verfahren eingeleitet, wo der genau definierte Tatbestand, wie der Jurist sagen würde, also die Voraussetzungen für einen Völkermord nun von den Richtern bewertet werden. Das heißt, man muss das irgendwie versuchen zu belegen, ja? Ja, man muss das genau belegen. Wie macht man das? Also wie belegt man den Völkermord? Also es ist interessant, wenn man sich durchliest, wie die Parteien dort plädiert haben. Also die Südafrikaner, die Juristen ja aber zwei Stunden lang dort vorgetragen, haben zunächst mal die objektiven Situationen geschildert. Völkermord ist also nicht nur die Bestrafung, sondern auch die Verhütung von Völkermord. Und es ist auch nicht nur der Mord als solche, sondern auch Vorbereitungshandlungen oder auch die Schaffung von Lebensumständen, die das Leben von gewissen Gruppen erschwert. Das haben sie also vorgetragen. Besondere aber ist immer die Absicht. Es muss in einer Völkermordabsicht geschehen. Und da haben sie also vorgetragen und auch gezeigt, Äußerungen des israelischen Verteidigungsministers einige Tage nach dem Angriff, wo er also sehr extrem auch die Palästinenser als Tiere bezeichnet hat und dann andere Äußerungen, die dann kamen. Die hat er also präsentiert und die Israelis haben sich in doppelter Hinsicht verteidigt. Die haben gesagt, aber wir verteidigen uns ja, also es kann kein Völkermord sein. Und haben dann gesagt, also solche Äußerungen, ja, die gibt es, aber das war eben in der Emotion des Augenblickes, das meinen wir nicht so. Ich verkürze es jetzt mal sehr stark. Und das Gericht muss jetzt mit seinen 15 Richtern diese Vorträge, die also natürlich jeweils zwei Stunden dauerten, zu bewerten und dann zu einer zumindest vorläufigen Entscheidung kommen. Aber ein wichtiger Fakt, der ja dabei zu berücksichtigen ist, also die Israelis haben ja der Zivilbevölkerung mehrere Wochen Zeit gegeben, eben in den, also rauszugehen aus dem Süden, um eben vor diesen, also sie haben die Angriffe angekündigt und die Zivilbevölkerung konnte fliehen. Und insofern widerspricht es ja dem Vorwurf, dass das Ziel ist, die Palästinenser auszulöschen. Ich meine, theoretisch könnte man den Vorwurf eher umdrehen, weil die Forderung Free Palestine from the River to the Sea bedeutet eigentlich, Israel auszulöschen. Also das ist, aber das hier eigentlich die Hamas, also das ist ja sehr deutlich. Und Netanyahu hat es ja auch nie behauptet, dass er die Palästinenser auslöschen wollte. Das waren einzelne Minister, aber unterhalb der Staatsoberung. Ich habe ja nur gesagt, wie die Parteien vorgetragen haben, nicht? Und das ist genau etwas, was der Gerichtshof dann zu bewerten hat. Vielleicht zu dem Teil Hamas, das ist ja schon das Schwierige hierbei, denn es ist tatsächlich ein völkerrechtliches Verfahren, also nur ein Staat kann angeklagt werden. Denn Hamas ist kein Staat, deswegen kann Hamas vor dem internationalen Gerichtshof in Bezug auf die Völkermordkonvention nicht angeklagt werden. Was ginge, ist im Rahmen, ich will es ja nicht so kompliziert, im Rahmen des anderen Kriegsvölkerrechts, da würde Hamas als eine kriegsführende Partei auch strafrechtlich verantwortlich sein. Aber hier in diesem speziellen Falle geht das halt nicht. Das ist sozusagen die Krux dieser ganzen Debatte. Okay, ich würde gerne abschließend Micha Wilberungen noch eine Frage stellen, eine ganz konkrete Frage sozusagen jenseits der juristischen Perspektive. Ist es tatsächlich denkbar mit einer, ich sage es mal ganz neutral, palästinensischen Führung, die ja erkennbar auch eine große Mitschuld trägt an diesen mittlerweile geschätzten 25 oder mehr tausend Toten, weil sie keine Bunker gebaut hat, keinen Schutz gebaut hat für die Zivilbevölkerung, sondern aber und aber Milliarden in den letzten Jahren und Jahrzehnten an Entwicklungsgeldern, an bundesdeutschen Entwicklungsgeldern benutzt hat, um Tunnel zu bauen, Wasserleitungen, Wasserrohre wieder auszubuddeln, umzubauen, zu Raketen und so weiter. Das heißt, einen riesigen Aufwand betrieben hat, um gigantische Summen Zweck zu entfremden für ein einziges Ziel, Krieg zu führen gegen Israel, diesen Staat immer wieder anzugreifen, immer wieder zu provozieren. Kann man mit einer solchen Führung ernsthaft in irgendeiner Form etwas gestalten, was jemals eine gute Perspektive für diese arme Zivilbevölkerung bieten kann? Wenn man sagen darf, die Entwicklungsgelder sind nicht nach Gaza gegangen, die deutschen Entwicklungsgelder, sondern das waren letztendlich katharische Gelder, die übrigens mit Billigung von Israel dahin gegangen sind, um das klarzustellen. Okay, gut, aber wir sind uns aber dennoch einig in dem Befund, dass unglaublich viel Geld zweckentfremdet worden ist. Das kann man so generell einfach mal sagen. Michael, wie geht deine Analyse dazu? Vielleicht noch eine kleine Ergänzung zunächst zu der Zahl der 25.000 Getöteten. Die ist realistisch, aber genauso realistisch ist das dazu, und das wird leider sehr selten erwähnt, in den internationalen Medien etwa 9.000 getötete Hamas-Kämpfer gehören. Sonst wäre es ja komisch, dass gar keine Hamas-Kämpfer auf Seiten der Hamas fallen. Das heißt, die Zahl wird dadurch nicht weniger schrecklich, aber ein Drittel, mehr als ein Drittel wahrscheinlich sind getötete Hamas-Kämpfer. Das muss man zumindest ergänzen. Die Frage ist in der Tat, wie eine de facto islamistische Diktatur, die wirklich in Jahrzehnten Gaza zu einer Festung ausgebaut hat, alle Ressourcen verschwendet hat, nur um Israel Schaden zuzuführen, vorher und nachher, wie die Teil eines Friedensprozesses sein soll. Ich kann mir das kaum vorstellen. Ich glaube zumindest, dass ganz klar auch die Absicht der westlichen Staaten ist. Wir haben es von Herrn Klingbeil auch gerade gehört. Die Bundesrepublik sieht das jedenfalls so. Die Hamas muss militärisch zerschlagen werden, darf keine Kontrolle mehr über Gaza haben, auch zum Schutz der Bevölkerung, die dort lebt und die übrigens in großen Teilen nicht mit der Hamas automatisch mitgeht. Es ist im Moment so ein gewisser Trennungsprozess. Die Hamas, die in Gaza ist und die Hamas-Führer, die woanders sind. Und die Hamas, darf man nicht vergessen, ist auch im Westjordanland stark. Ich kann nicht sagen, ob man ganz darum herumkommt, die Hamas aus einem größeren Friedensprozess auszuschließen. Eines ist jedenfalls klar, es muss klargemacht werden, dass mit dem Ziel, Israel zu zerstören und dauerhaft Schaden zuzuführen, dass solche Menschen kein Gesprächspartner sein können und dass da die Hamas einen anderen Kurs als politische Partei einschlagen muss. Ob sie das kann, ob sie die Kraft dazu hat, das wage ich zu bezweifeln. Michael, war sicher nicht das letzte Mal, dass wir uns darüber unterhalten haben. Ich danke dir sehr und pass auf dich auf. Danke dir. Darf ich noch einen Satz sagen? Ja, gerne. Die Europäische Union in diesem Zehn-Punkte-Plan hat ganz bewusst gesagt, sie wollen, der palästinensische Verhandlungspartner soll nicht die Hamas sein, sondern die palästinensische Autonomiebehörde und die PLO. Und mir ist eine Sache wichtig. Die Palästinenser sind nicht die Hamas. Das ist mir ganz wichtig. Ich war selbst Anfang letzten Jahres in den palästinensischen Autonomiegebieten, war in Ramallah, sage auch deswegen, ich will die Zwei-Staaten-Lösungen nicht als selbstverständlich in den Raum stellen. Aber ich halte es auch nicht für leeres Gerede. Das will ich an der Stelle auch klar sagen. Ich bin zurückgekommen aus den palästinensischen Autonomiegebieten. Ich habe das Verhalten der Siedler dort gesehen und mir war sehr bewusst, dass das in sehr weite Ferne gerückt ist, diese Zwei-Staaten-Lösungen. Und der 7. Oktober hat es in noch weitere Ferne gerückt. Aber den Palästinensern, die nicht die Hamas sind und die die Hamas nicht unterstützen, die Perspektive auf ein eigenes Land zu nehmen, das macht richtig viel in der Region kaputt. Und deswegen, glaube ich, müssen wir, ob es mit der Europäischen Union, ob es mit den arabischen Ländern ist, dort gibt es ja auch viele, die diesen Flächenbrand verhindern wollen. Auch nochmal, hier ist die amerikanische Regierung, die Bundesregierung, die Europäische Union mit vielen im Gespräch. Aber sich dort Gedanken zu machen, wie man diese Perspektive für die Zwei-Staaten-Lösungen schaffen kann, das halte ich nicht für leeres Gerede, sondern wahrscheinlich für eine der wenigen Optionen, wie es gelingen kann, irgendwann wieder in friedliche Bahn zu kommen. Ich weiß, dass das alles wahnsinnig anstrengend ist, aber die Frage ist dann immer in der Tat, was wäre die Alternative? Und die Alternative zu einer Zwei-Staaten-Lösung, die beispielsweise darauf setzt, dass eine Seite sich durchsetzt in diesem Krieg, die halte ich für ausgeschlossen. Und deswegen lohnt sich alles, was an diplomatischen Initiativen unternommen wird, um die Zwei-Staaten-Lösung zu erreichen. Also, 720 Kilometer Tunnelsystem, ne? Ich habe dieser Tag in der New York Times gelesen, das Berliner U-Bahn-Netz hat 140, 150, um mal klarzumachen, welche Dimension das hat und wie da Gelder über Jahrzehnte offenbar zweckentfremdet worden sind. Klar, aber wir befinden uns jetzt, glaube ich, zum ersten Mal vielleicht in einer Phase, wo auch in Israel und bei den Palästinensern noch mehr sehr deutlich wird, dass der Preis für diesen Konflikt extrem hoch ist, und zwar auf beiden Seiten. Und wenn wir Glück haben, entwickelt sich daraus tatsächlich ein neues Verständnis dafür, dass man eben eine Friedenslösung braucht. Wir haben zum ersten Mal auch die arabischen Staaten dabei, was früher auch nicht der Fall war. Die Saudis zum Beispiel. Und die Saudis dabei, nicht nur. Also, ich glaube, man kann schon eine Chance daraus sehen. Und ich finde genau diesen europäischen Plan durchaus ausgelungen, weil er tatsächlich jetzt einmal die beiden Konfliktparteien, die natürlich extrem emotionalisiert sind, aus nachvollziehbaren Gründen erst mal herausnimmt. Man kennt ja im Grunde genommen etwa das Endergebnis. Man weiß ungefähr, wie es aussehen kann. Nur der Weg dahin ist besonders schwierig. Also, ich glaube, ich wäre da jetzt gar nicht so pessimistisch, aber es wird natürlich schwierig sein. Und die Spoiler, wie man so schön sagt, also diejenigen, die das verhindern wollen, sind natürlich an jeder Straßenecke. Dafür muss man rausgehen.